Der unvergleichliche Jochen Busse ist heute unser Gast. Außerdem ein Berliner Original Wolfgang Rademann, dann die wunderbare Katja Weizenböck und ein gewisser H.B. Baxter, besser bekannt als Scooter und später bei uns in der Sendung die Backstreet Boys. Sie alle sind jetzt bei uns zu Gast. Einen wunderschönen Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Ja, vielen Dank. Am kommenden Sonntag wird er 79 und es wird ausgerechnet der Tag werden, an dem er mit Dr. Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik abrechnet. Denn am Sonntag zeigt er zum ersten Mal die ganze Wahrheit über Ärzte. So frei nach dem Motto, Chirurgen haben's gut, ihre Erfolge laufen frei herum und die Misserfolge sind schon beerdigt. Er, das ist einer der erfolgreichsten Fernsehmacher Deutschlands, ein Master of Entertainment, der Erfinder von Erfolgen wie Traumschiff, Schwarzwaldklinik oder auch Hotel Paradies. Für seine neue Reihe allerdings ist Schluss mit heiler Welt. Herzlich willkommen also dem Mann, der von wenigen Tagen auf die Frage, wie es ihm denn so persönlich ginge, die schöne Antwort gab. Mein momentaner Geisteszustand ist bekloppt wie immer. Wolfgang Rademann, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und über Sie hat derselbe Wolfgang Rademann den griffigen Satz gesagt, die kennt keiner, dafür sieht sie unglaublich gut aus. Zu seinen Gunsten sei angemerkt, dass er es war, der in vorderster Front dafür gesorgt hat, dass sich das ändert. Er hat als einer der Ersten das große Talent der Frau mit österreichischem Pass, geboren in Tokio, aufgewachsen in Nürnberg, gearbeitet in Sydney, Mailand und Paris und zeitweiligen WG-Mitbewohnerin von Naomi Campbell in New York erkannt. Herzlich willkommen also Katja Walzenberg. Schön, dass Sie bei uns sind. Von ihm ist der schöne Satz überliefert, dass ich mal Traumschiff schaue, ist absolut ausgeschlossen. Das haben auch schon andere gesagt und plötzlich haben sie dann selber mitgespielt. Und auch er hat im Laufe seiner ganz außergewöhnlichen Karriere schon Konzerte auf großen Schiffen gegeben. Er, das ist der Mann, über den Kritiker am Anfang müde gelächelt haben, geboren in Ostfriesland als Hans-Peter Gerdes, dann über ein Inserat einen Keyboarder gefunden und dann Welthit auf Welthit. Seit 20 Jahren geht das jetzt schon so, Zitat, Dieter Bohlen schnorrt bei mir immer Zigaretten. Das ist kein Wunder, Scooter war 24 Mal Top Ten, Modern Talking nur 13 Mal. Herzlich willkommen, H.P. Baxter. Ich finde, was du meinst, H.P. Er ist der mit allen Wassern gewaschene Kabarett-Star, der mit Grandezza und seinem Mut zur Rampensau oder auch zum arroganten Schnösel seinen Texten unglaubliche Wucht verleiht. So hat es mal jemand über ihn geschrieben. Er selber sieht die Sache deutlich nüchterner. Ich habe es hinter mir, sagt er. Deshalb kritisiere ich auch keine Ärzte mehr. Ich werde sie nämlich bald brauchen. Am schönsten allerdings hat er es hier bei uns in der Sendung gesagt. Oft zitiert und trotzdem immer wieder schön. Und heute ein letztes Mal. Der Tod steht noch nicht vor meiner Tür, aber er sucht sich schon mal einen Parkplatz. Herzlich willkommen, Jochen Busse. Schön, dass Sie waren. Später dann bei uns in der Sendung die Backstreet Boys, über deren Besuch wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Sie dürfen auch an der Stelle. Ist das die Geräuschkulisse, die du auch kennst? Aus Russland zum Beispiel? Ja, doch. Schon. Aber ich finde das beachtlich, dass auch eine Boygroup so eine lange Haltbarkeit hat. Hätte ich damals nie gedacht, muss ich sagen. Weil da gab es ja viele und das war ein Kommen und Gehen. Ja. Aber die Backstreet Boys, das ist schon, finde ich cool, dass sie das immer noch so angesagt sind. Ja. Ich glaube, es gibt auch viele, die jetzt vorm Fernseher sitzen und sagen, so wie HP sich die Haare gefärbt hat, hätte ich nie gedacht, dass er das 20 Jahre lang durchhält mit diesem Wasserstofflauch, oder? Dass überhaupt noch Haare da sind, ne? Ist schön, wenn man noch was zum Färben hat, ne? Ja, sag ich ja gerade, dass überhaupt noch welche da sind, ist ja schon mal beachtlich. Was ist das für ein Zeug, das du immer nimmst zum Färben? Ach, das ist so, was man einfach im Drogeriemarkt bekommt, selber anmischt, einmal so einschmiert und dann wieder ausspült. Das mache ich seit, weiß ich nicht, 25 Jahren bestimmt schon. Cool. Immer das gleiche Produkt, oder? Ja, das wechselt, weil oft wird irgendwas eingestellt. Wahrscheinlich haben die dann wieder entdeckt, dass das gesundheitsschädlich ist. Ich hätte eigentlich so eine Langzeitstudie machen sollen. Also, wir haben ein Foto hier von dir, HP. Bist du das wirklich? Schau mal. Wo denn? Pass auf. Das hier. Bist du das? Ja, das war kurz bevor ich anfing die Haare zu blondieren. Das ist noch die Naturfarbe. Ehrlich? Und der Schnitt ist, das ist so ein früherer Otto, ne? Otto sah früher auch mal so aus. Ja gut, das war eigentlich so, ja meine Rock, Zeitrockmusik habe ich damals gemacht, so ein bisschen Prinz Eisenherz mäßig, ne? Ja, dieser Pony. Wie die Ramones, ne? Ich fand es damals schick, aber ist ja immer im Auge des Betrachters, ne? Schönheit. Nein, ich finde das damals super und heute finde ich es noch super. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Jochen, Frage an den Großmeister, an den Großmeister des Cover. Färbst du auch? Nein, ich habe noch nie was gemacht. Also ich schminke mich ja auch nicht. Also auf der Bühne. Ja. Und du hilfst da nicht nach, musst da gar nichts machen? Ne, das ist so. Das wird morgens angeklatscht und dann hält das für eine Weile. Und dann läuft das so durch. Und mit der Zeit sieht es dann locker aus. Okay, also, dann lass uns jetzt mal ganz locker flockig über die wirklich wichtigen Dinge sprechen. Wenn ihr so einen Blick werft, auch Frage an Herrn Rademann auf das, was gerade in Berlin abgeht. Große Koalitionsverhandlungen. Wir müssen jetzt auch mal über die ernsten Dinge des Lebens reden. Ich bin bei Herrn von deinen Haaren auf die Koalition. Das ist ein haariger Übergang, ich gebe das zu, aber er muss sein. Also, wie sehen Sie das als jemand, der sich sozusagen um die schönen Seiten des Lebens kümmert, um die Unterhaltung? Wenn Sie das da sehen, so in Berlin, Gabriel mit Merkel und Seehofer, ist das auch für Sie Unterhaltung oder ist das ernst gemeint? Ne, das ist nicht Unterhaltung, aber was dabei rauskommt, ist Unterhaltung. Und dann warten wir erst mal ab, was soll ich mir jetzt aufrehen, wenn die sich die Birne einschlagen. Also, das Endergebnis hier, das ist wie beim Film. Erst ist der Film fertig und dann kannst du sagen, ob er gut ist. Das ist wie eine Landssendung fertig, hinterher sagst du, die war gut. Aber der Weg bis dahin, das ist weit. Ist ein weiter Weg. Jochen, du hast politischer Beobachter als jemand, der da ganz genau hinguckt. Wie siehst du das, was da gerade passiert? Wenn du deine Partei jetzt siehst, die SPD? Und so ist das meine Partei. Ich war nie Mitglied dieser Partei, nie in meinem Leben. Das ist richtig, aber du hast mal Wahlwerbung für Gerhard Schröder gemacht. Ich habe mal Wahlwerbung für eine einzelne Persönlichkeit gemacht. Das habe ich auch hier schon mehrfach betont. Genau. Das war aber wirklich, weil er mich persönlich überzeugt hat. Gut, wie auch gemacht. Nun war er in der Partei und dadurch habe ich diese Partei kennengelernt. Und das ist auch schon ein Grund dort, nicht einzutreten. Verstehe ich. Also, diese Partei, der du mal näher standst, mit dem schönen Namen SPD. Die einzige Partei, die heute noch so heißt wie vor dem Krieg, wo? Ist wahr? Ja, sicher. Und auch mit einer großen demokratischen Kategorie. 55 Jahre, das ist schon alles. Und sehr er sich um Deutschland verdient gemacht. Das macht das alles nur jetzt mal am Rande, aber auch nicht unwichtig. Deswegen erwähnen wir es. Wenn du siehst, wie die sich verhalten. Also, die plustern sich auf, als hätten sie die Wahl gewonnen. Ja, natürlich. Sie sind halt die zweitstärkste Partei. Es geht ohne sie nicht. Weil es mit den Grünen offensichtlich nicht gegangen ist. Die müssen jetzt zocken. Wenn die mit ihren 25 Prozent, die sie haben, jetzt nicht das Beste rausschlagen, dann sind die abgemeldet. Ich will ja auch gar nicht mal unterstehen, dass das so eine Postenschacherei ist. Nehmen wir mal wirklich an, sie sehen sich als sozial engagiert. Sie wollen, sagen wir mal, denen das nicht ganz so gut geht, helfen. Dann müssen sie erst recht was tun, ihre Vorstellungen von der Sanierung dieses Landes Erfolge zu sehen. Ist das nicht wahnsinnig riskant, was da jetzt passiert? Also, wenn man als SPD jetzt zum Beispiel sagt, wir gehen jetzt in diese großen Verhandlungen. Ganz Deutschland wartet darauf, dass das jetzt demnächst endlich abgeschlossen ist. 27. November oder so soll es soweit sein. Und dann macht man noch eine Mitgliederbefragung. Das ist eine tolle Sache. Das heißt, die können denen alles um die Ohren hauen. Ja, das verstehe ich eben nicht so ganz. Also, sie haben einen Parteitag, dahin kommen Delegierte. Ansonsten ist es ja eigentlich, wenn ich jemanden delegiere, dann bevollmächtige ich ihn ja eigentlich. Dann darf er ja in meinem Sinne und in meinem Interesse, deswegen ist er delegiert. Also, ich übernehme eigentlich die Entscheidung von dem, als die meine. Wenn ich ihm aber das zurückgebe als Delegierte und sage, wir haben jetzt gleich 435.000 Leute, die müssen am Tag abstimmen, ob sie überhaupt eine Koalition wollen, dann gebe ich eigentlich, das ist mein Demokratieverständnis, alles aus der Hand. Dann kann ich es doch machen wie in der Schweiz. Dann machen wir doch gleich Volksbefragung. Warum haben wir dann Parteien? Etwas, gegen das sich auch alle möglichen Leute wehren. Also, wir sind gespannt, Jochen, wie die Sache ausgeht. Glaubst du, die raufen sich zusammen oder kommt es am Ende tatsächlich noch mal zu neuen Gesprächen? Gibt ja mehrere Möglichkeiten mit den Grünen zum Beispiel. Man könnte über eine Minderheitenregierung mal nachdenken. Ja, das macht der Herr Schäfer-Gümbel, über den alle furchtbar gelacht haben. Der SPD-Chef in Hessen. Der SPD-Chef in Hessen, als er dann gewonnen hat. Jetzt hat er plötzlich heißt es, der hat die Partei wieder hinter sich vereint. Und der spielt mit dem Gedanken. Frau Kraft im Nordrhein-Westfalen hat eine Minderheitenregierung gehabt. Sehr erfolgreich. So erfolgreich, dass sie die nächste Wahl gewonnen hat. Also, es ist möglich. Das wäre Demokratie. Das wäre doch was. Stell mir vor, ich habe gar nicht die Macht. Ich kann gar nichts durchdrücken. Ich muss jedes Mal fragen, ist das im Interesse aller? Und wenn sie ehrlich sind, sagen sie, ja, das lassen wir durchgehen. Und das mache ich. Das wäre mal ein spannendes Experiment. Also, wir sehen uns bei allernächster Gelegenheit wieder. Jochen, du bist immer noch unterwegs mit deinem schönen Programm. Wie komme ich da jetzt drauf? Genau. Ein Programm, in dem es ja auch um so Alltagsbeobachtungen geht. Nur ausschließlich. Mein Leben. Dank erzählt. Also, das, was ich so an Impressionen meines Lebens heute noch habe. Was hast du heute Morgen beim Bäcker gesehen? Die Geschichte beim Bäcker? Ja. Siehst du immer noch diese älteren Herrschaften, die mit ... Ach so meinst du mit den Funktionshosen? Ja. Ja, das ist ja was Tolles. Funktionshosen. Das sind Hose, die kann man gar nicht beschreiben. Das tragen eigentlich nur Leute im Ruhestand. Weil das sind diese hässlichen Hosen, Wolfgang, die Frauen ihren Männern kaufen, damit sie bei anderen Frauen keine Chancen mehr haben. Und mit dieser Hose bewaffnet, mit dieser Hose bewaffnet oder ausgestattet, geht man morgens dann zum Bäcker. Zum Bäcker, ja. Brötchen. Aber Markus, der Jochen ist ein unglaubliches Genie, was Text betrifft. Der macht wirklich zwei Stunden auf der Bühne. Ich weiß, ich war da. Und macht wahnsinnige Texte und dann macht er noch aktuelle Kabarettanmerkungen. Das macht keiner in Deutschland. Der ist wirklich ein Knaller. Das ist wahr. Insofern sollten wir die Gelegenheit nutzen, ihn regelmäßig zu sehen. Herr Rademann, wo wir gerade bei Ihnen sind, Herr Rademann. Welcher Politiker hat Ihrer Meinung nach in Deutschland das aktuell größte Schauspieltalent? Gysi. Gysi? Ja. Warum Gysi? Weiß ich nicht, weil der wird ja am besten verkauft in seiner ganzen Art. Den nehmen wir ja nicht ernst nehmen, aber das, was er macht, das ist gut. Ja. In welcher Rolle würden Sie ihn einsetzen, wenn Sie ihn jetzt aufs Traumschiff bringen müssten? Als verhinderter Liebhaber. Wen haben Sie da noch so vor Augen? Wer wäre denn, sagen wir mal, kameratauglich? Einer, von dem Sie sagen, der könnte gehen, der würde gut ankommen bei Frauen oder so. Oder auch bei Männern? Naja, an und für sich war ja der, wie heißt der? Juttenberg, wa? Ja. Der war ja eigentlich. Der Juttenberg, wa? Ja. Das ist der ganze Name. Juttenberg, wa? Ja. Der hatte ja einen tollen Kopf. Und der mit seinen schwarzen Haaren und so, der war also auf dem Weg schon... Zum Chefarzt in der Schwarze Haarklinik. Ja. Der nette Mann. Ja. Aber nun hat er sich ja selber gekillt, ja. Ja. Wie muss man denn sein, um ein... Jetzt H.P. Juttenberg, wie die Baxter zum Beispiel, ja? So ein wasserstoffblonder Mensch, der einfach nicht älter wird und so. Was könnte der spielen? Oh, der ist schwer eins. Der Morde. Der Morde. Gibt ja keine Morde. Da hätte ich gar wirklich Schwierigkeiten mit. Auf dem Traumschiff? Als Stuart. Als Stuart? Wenn der die Suppe bringt, gehen die Leute weg. Nein. Nein. Warum? Aber ist der Typ ja, ne? Ist der Typ? Nee, der ist noch was Spezielles. Ja. Nee, nee, da lass ich mir jetzt nicht festlegen. Dazu klingt nicht zu wenig. Aber irgendwas finden wir schon. Was ist denn, Herr Rademann, wenn Sie Schauspieler besetzen? Ist es wahr, dass Sie jeden Tag im Grunde sich Bänder anschauen? Wie viele verschiedene Menschen melden sich da bei Ihnen am Tag? Ach, da gibt's keine statistische Zahl. Mal kommen mit der Postfälle und mal kommen weniger. Aber auf alle Fälle kommt. Da sind schon ganze Berge mit DVDs. Früher waren es Videos. Heute kommen schon eine ganze Menge an. Ich gucke mir das alles an. Vor allen Dingen, ich gucke mir alle Sendungen an. Also ich gucke mir so, ja, den Harald Schmidt, den kein Arzt mehr sieht in seiner Sky-Sendung. Er hat ja nur noch 3.000 Leute, aber selbst die kicke ich mir an. Also ich gucke mir wirklich alles an. Sie sind ja eine arme Sau. Das ist ja hart, wenn man nur noch fernsehen muss von morgens bis abends. Er macht das ja gern. Er ist in der Beziehung wie Rudi. Rudi Carell. Rudi Carell hat auch nur fern gesehen. Ja, und wenn er nicht fern gesehen hat, hat er selber welches gemacht. Ja. Was anderes gab es. Rudi Carell stand mal hinter mir am Buffet und tippte, ich kannte den gar nicht, und tippte mir von hinten auch. Boah, hast du nicht gesagt. Nein, nein, nein. Also wir kannten uns nicht persönlich. Dass ich das meine. Ich wusste natürlich, wer er ist. Er tippte mir von hinten auf die Schulter und sagte, hast du einen Witz für mich? Hast du einen Witz für mich? Und dann wollte er, dass ich ihm einen Witz erzähle. Zwischen einer Suppe und der nächsten. Dann kommt der auf die Idee, von Ihnen einen Witz abzuverlangen. Der hat doch seine Reisung. Ja, ich habe doch keine Kenne. Ich habe mich hinterher sagen lassen, das hat er bei jedem gemacht. Insofern. Also Rudi ist unser größtes Vorbild. Also ich bin ja so alt, dass ich noch Kuhlenkamp und Frankenfeld kannte. Der Frankenfeld war auch eine ganz gewaltige Rampensau. Und der hat mir mal eine Nummer eingebrockt. Jochen, die habe ich bis zum Tode von Kuhli nie ausbügeln können. Wir haben eine Sendung gemacht. Alle Künstler haben eine Einheitsgage. Ihr kriegt 3.000 Mark. Und gut. Nur Frankenfeld hat Sketche geschrieben und hat dafür ein Honorar gekriegt. Um den Kuhli zu erheern, den Kuhlenkampf. Hat er ihm gesagt, wie, du Idiot, arbeitest für 3.000? Ich kriege 8. Und der Kuhli kam zu mir und hat gesagt, Sie bescheißen mich. Und da habe ich gedacht, nein, der Kuhlenkampf mache ich nicht. Der Frankenfeld lügt. Das lobe ich dem nicht. Bis zum Tod von Kuhlenkampf ist das Ding nicht erklärt worden. Kuhli glaubte, ich habe ihn aufs Kreuzjeli. Stimmt aber nicht. Wahnsinn. So sind Künstler aber. Da ist er ja anders. Er hat einen festen Vertrag. Ich komme irgendwie durch. Aber diese, weil Sie das gerade sagen, mit Geld und so weiter. Es gab vor kurzem die 37-Grad-Reportage hier im ZDF. Ja, die war schwach. Großes Ticken. Na ja, komm. Die war schwach. Warum war die schwach? Weil das, was die gemacht haben, die haben 3 Schauspieler rausgepickt. Und an denen haben sie sich eine Dreiviertelstunde festgehalten. Das würde ich so nicht sagen. Also es ging, muss man einmal kurz erklären. Haben Sie sie gesehen? Ja, ich habe sie gesehen. Bin hängen geblieben. Das Ding hieß, gute Jahre, schlechte Jahre. Schauspieler zwischen Karriere und Krisen. Und es ging eigentlich darum, das war der Tenor, dass ein Großteil der Schauspieler, auch sehr bekannte Schauspieler, häufig gar nicht viel Arbeit hatten. Das ist ein ganz harter Beruf. Das stimmt ja. Da können wir ja drüber in der Woche reden. Das ist ja klar. Warum ist das klar? Aber das, was die da in der Sendung gemacht haben mit den 3, das fand ich ganz gut. Lass mal die Sendung weg. Also ich fand sie gut, Sie fanden sie nicht so gut. Okay. Aber Schauspieler grundsätzlich. Wie viele Schauspieler gibt es denn in Deutschland ungefähr? Na, man spricht von 14.000. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Und da sind auch natürlich ein Haufen dabei, die sich so nennen. Gut. Okay. Aber 14.000 Leute, die versuchen in diesen Beruf zu kommen. Wie viele von denen haben sozusagen Arbeit regelmäßig? 400. 400. Das heißt, 13.600 machen was? Strampeln, fahren Taxe, Kellnern, warten neben Hartz IV, rattern rum, versuchen irgendwo ein BN in die Tür zu kriegen. 14.000 Leute, die die heimliche Hoffnung haben irgendwann mal als Schauspieler groß rauszukommen. Naja, das ist natürlich auch so eine Sache. Da melden sich auch Leute, wo du wirklich sagst, naja, also, ich hatte mal eine Frau, die hat sich gemeldet und sagt, mir geht's gut, ich hab einen Gutshof, mein Mann langweilt mich, kann ich nicht bei Ihnen spielen. Und da sag ich, sagen Sie mal, das ist ein Beruf, hier muss man lernen. Und da sagt die, naja, aber das war die Sommerkrankheit auch. Und die globen einfach, das macht man so. Und das sind die ganzen Castingshow. Die Castingshow versaut noch da in dieser Hinsicht eine Menge am Nachmittag. Was da alles so läuft, wo Amateure spielen und die globen sind, die sprechen ja authentisch, so wie wir. Aber es ist kein Schauspieler. Also, das ist ein richtiges Problem geworden. Katja Weizenböck ist bei uns, die in einem Gespräch gesagt hat, natürlich kann einen da die Angst befallen, dass man irgendwann mal keine Rolle mehr bekommt, Frau Weizenböck. Wie groß ist dieser Existenzdruck, den man so hat als Schauspieler? Ich meine, Sie sind gut beschäftigt, aber gab es da auch mal andere Zeiten? Ich habe eigentlich bislang immer gute Zeiten erlebt. Toi, 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 möge es so bleiben. Aber ich bin mir absolut dessen bewusst, dass das sich ändern kann. Es kann sich jederzeit verändern. Und das ist aber auch berufsimmanent. Es ist ein Beruf, der keine Absicherung kennt, bis auf die Festanstellung am Theater. Und die haben nicht viele. Und viele wollen sie auch gar nicht. Und so habe ich mich eher damit abgefunden, damit bewusst umzugehen und zu sagen, das ist Teil des Berufes und ich muss damit klarkommen. Und es hilft mir zum Beispiel eine Art zweites Standbein. Ich mache Yoga und beschäftige mich dahingehend, eine Ausbildung als Lehrerin zu machen. Und das hilft mir. Als Yoga-Lehrerin. Das heißt, Sie könnten uns drei beruhigen, wenn wir mal wieder total durchdrehen. Ja, ja. Ich bin schon fast so weit. Ich mache das seit 32 Jahren. Und ich habe sie auf der Bühne gesehen, da hat sie sich das in die Rolle eingebaut. Die Frau ist ja fantastisch. Genau. Eine eigene Welt. Ja, danke. Wir wollen was nahe haben. Viele dieser Schauspieler, die auch einen Namen haben, könnten mit diesem Namen auch etwas anfangen, wenn sie sich herabließen an Theatern, die auch, sagen wir mal, nur kurze Zeit spielen, also an Suite-Theatern nennt man sowas, eine Rolle zu übernehmen. Da wird man natürlich nicht reich, aber wenn man einen Namen hat, kann man von diesen Gagen, die am Abend bezahlt werden, durchaus gut leben. Man ist vorhanden, man ist im Training. Und ich kann das nur deshalb empfehlen, als ich meine große Fernsehzeit hatte, das heißt Amt und sieben Tage Gleichzeit. Sieben Tage sind im Köpfen, ja. Da habe ich abends in der Nähe meiner Wirkungsstätte, das waren Bonn, Düsseldorf und Köln, Boulevardtheater gespielt. Und ich habe so lange Boulevardtheater gespielt, bis ich eines sagen konnte, das kann ich und ich mache es heute noch. Und ich war besonders stolz, dass Wolfgang Rademann irgendwann mal zu mir gesagt hat, du bist einer der Größten. Und das kann man erreichen, das heißt, dann ist man unabhängig vom Sender und vom Fernsehen. Ich kenne aber nur Kollegen, die das gerne machen, würden aber keine Angebote bekommen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass sie sich das ablehnen. Die Zeiten haben sich da, glaube ich, sehr geändert. Das sollte mich freuen. Ich muss dir sagen, seitdem ich das auch regielich mache, habe ich große Schwierigkeiten mit Besetzung. Die sagen, ach nee, ich bin ja zwei Monate spielen und vier Wochen pro, bin ich ja drei Monate weg und wenn dann wirklich was kommt, es kommt dann halt nichts. Hartes Brot, definitiv. Herr Rademann, Sie als jemand, der im Grunde wesentlich dazu beigetragen hat, dass es Dr. Brinkmann gibt im deutschen Fernsehen, dass es diese Halbgötter in Weiß gibt. Sie sind der Erfinder der Schwarzwaldklinik, also jemand, der uns eine Menge eingebrockt hat, muss man auch mal sagen an der Stelle. Aber wir sind Ihnen auch dankbar natürlich für die schöne Zeit, die wir mit Dr. Brinkmann und Co. haben durften. Sie schreddern jetzt im Grunde dieses Bild und machen was ganz, ganz anderes. Was hat es damit auf sich? Naja, die Schwarzwaldklinik wollte ich eigentlich ja nicht machen. Damals ist eine tschechische Serie in der ARD gelaufen, Krankenhaus am Rande der Stadt. Das Krankenhaus am Rande der Stadt. Ja, die sind ja alle viel zu jung, die waren ja noch gar nicht geplant, die Leute, um das zu wissen. Also das war ein großer Hit. Und dann habe ich gesagt, Kinder in der Krankenhaus, hey, können wir auch machen. Das müssen nicht die Schechen machen. Und da haben die beim Sender gesagt, ach, mein Schwarz. Zwei Jahre lang habe ich das den Leuten eingeredet und verschenkt. Und dann haben die irgendwann beim ZDF gesagt, du isst uns auf den Keks, jetzt machst du das selber. Dann habe ich die Schwarzwaldklinik gemacht und das waren ja immerhin 72 Folgen, fünf Jahre. Und also von den Quoten träumst du ja heute nur. Absolut. Eine Romanze in Mull, wie es damals ist. Das war der Spiegel. Das ist aber gut. Das muss ja nicht wohl laut sein. Das war der Spiegel. Ja, genau. Und 27 Millionen kriegst du ja heute nicht mal mehr mit dem Endspiel. Ja. Und was ich jetzt mache, ist der Engel der Gerechtigkeit, der jetzt am kommenden Sonntag läuft, im ZDF und dann nochmal im Dezember. Das ist etwas, wo ich bin ja Alltag Reporter. Und ich bin gestolpert über Zeitungsartikel, über Ärztefusch. Und habe mir mal angefangen auszuschneiden und habe dann so eine Akte, so eine dicke Akte schließlich ja, zwei Jahre lang. Mann, habe ich gesagt, was da passiert, ist ja unglaublich. Aber ich wusste nicht, wie ich das machen sollte. Wie kann ich das umsetzen, ohne die Dokumentation zu haben. Und da habe ich dann lange zwei Jahre gesucht und dann bin ich zu dieser Frau Dr. Konrad gekommen. Frau Dr. Konrad, die in der vergangenen Woche bei uns war. Jemand, der mal Ärztin war, heute aber auf der Seite der Juristen unterwegs ist und sich sozusagen um Menschen kümmert, denen aus Versehen zum Beispiel das falsche Knie operiert wird oder so. Ein Fall, den wir in der vergangenen Woche auch hier hatten. Die Nummer habe ich jetzt gerade mit dem Kameramann von uns hier ab. Also der hat eine Knieoperation und kommt ins Krankenhaus am Abend und die sagen so, na, hier haben Sie Ihre Tabletten für die Niere. Da sagt er, was heißt die Niere, ich habe ein Knie. Ach so, Entschuldigung. Nächsten Morgen wird er zur Anästhesie fahren. Die Schwenster sagt, na, wir hatten die Niere geschaffen. Und dann hat er sich gemacht, Markus, dann hat er sich einen Feldstift genommen und hat auf seinen nackten Körper einen Pfeil gemacht. Hier, hat er rausgeschickt. Das würde ich auch so machen. Die Sendung, die jetzt kommt und sie spielt ja da das Vorbild, die Frau Dr. Conner, die kommt jetzt gleich mit einem ganz schönen Hammer. Da kommt also eine Schauspielerin zu ihr und sagt, also ich habe Brustkrebs. Mir haben sie die Brust abgenommen, aber leider die falsche. Und da gibt es natürlich einen Riesenstoff. So, aber das sind Dinge, die alle auch tatsächlich so passieren. Wir schauen einmal kurz rein. Bitteschön. Also, Sonntag wird nach 8 Uhr bei uns im ZDF eine wahre Geschichte tatsächlich. Also ein Fall, der auf einer wahren Geschichte basiert. Und das Bittere in solchen Fällen ist, dass die Patienten es sind, die sozusagen dem Arzt nachweisen müssen, dass er einen Fehler gemacht hat. Insofern eine ganz schwierige Geschichte. Wie sind Sie denn eigentlich als Patient, Herr Rademann? Sind Sie jemand, der regelmäßig zum Arzt geht und sich auch daran hält, was der Arzt sagt? Ja, ich mache einmal und ich habe ein unheimliches Schwein. Also, mir hat noch keine Antwort falsche drum gesicht. Also, ich bin richtig gut über die Hunde gekommen. Aber ich kenne so viele Geschichten, wo das passiert ist, wo ich sage, einen Schrecken, um Jott des Willens, was da alles passiert ist. Wir haben 600.000 Fälle im Jahr in Deutschland, die ungefähr daneben gehen. Und wir haben mehr Tote durch Ärztefurcht als im Straßenverkehr. Also, es sind 17.000 Menschen in Deutschland, die sterben, weil irgendjemand Mist gebaut hat. Und das Thema habe ich jetzt drin. Also, es ist schon eine harte Nummer. Ungewöhnlich für jemanden, der sonst sozusagen die Menschen erfreut mit romantischen Sonnenuntergängen. Ich bin ein alter Reporter und wenn ich ein Thema rieche und merke, da ist was, dann muss ich das machen einfach. Ja, ist sehr nachvollziehbar. Also, Frau Vanzenböck, würde gerne zum Schluss... Aber es geht ja auch das Gerücht, dass bei Operationen immer mal was im Patienten vergessen wird. So Klammer, Scherwe, Tuffer. Jetzt habe ich gehört, die hätten den Rainer Kallmund operiert und seitdem vermissen die eine kleine koreanische OP-Schwester. Das ist so gemein. Das ist ja. Das ist aus dem Programm. Das ist aus dem Programm. Das ist aus dem Programm. Das ist jetzt Programm, der Stiegreif. Eine böse, böse, böse. Eine unverschriftliche Geschichte. Ich erinnere mich an ein Gespräch mal mit einem Chirurgen, der mir ganz ernsthaft in einem Interview sagte, wenn sich auf jedem Friedhof jeder Sargdeckel öffnet, unter dem ein Ärztepfuschopfer liegt, dann geht jeder zweite Deckel auf. Das sagte dir damals. Aber ich meine, wir wollen jetzt nicht die Ärzte. Ich versuche in der Sendung auch sehr fair und gerecht zu sein. Ich habe auch die Argumente der Ärzte drin in der Sendung, dass sie sagen, wir haben Stress. Wir sind Ärzte haben, die kein Deutsch können. Ausländer, die medizinisch reden und du verstehst die ja nicht. Wir haben einen Haufen so Probleme und dann noch diese Fallpauschale mit Geld und was. Das ist ja zum Beispiel schon eine tolle Nummer. Der Notarztwagen, der jemanden abholt und ins Krankenhaus fährt, der kriegt eine Prämie vom Krankenhaus, wenn ein Bett frei ist. Und sie wundern sich, warum sie also von einem Spittel nach Altrona fahren, das nächste Krankenhaus in Umnelke, weil ein Altrona die Kohle kriegt. Also da sind Dinge, sage ich Ihnen, ich habe Stoff für Jahre. Da werden wir aber mehrere Sondersendungen drauf machen. Und Sonntag führt nach Acht, Frau Weizenberg, wo wir Sie heute hier haben. Sie haben, ganz kurze Frage nur, Sie haben ein ungewöhnliches Leben hinter sich. In Tokio geboren, dann in Nürnberg zeitweise aufgewachsen. Als Model in der halben Welt gearbeitet und tatsächlich in einer WG mit Naomi Campbell gelebt? Ja, das war New York. Ich war da von Aileen Ford eingeladen worden, als Model dort zu arbeiten. Das ist eine Modelagentur, ja? Genau, und sie hatte auch Sie unter Vertrag und wir wohnten einfach Tür an Tür und eines Tages fand ich sie an meinem Kühlschrank und sie suchte nach einem... Da stimmt die Geschichte jetzt schon, ich wäre es gelogen. Ein Model an einem Kühlschrank, das kann ich mir nicht vorstellen. Es war so, ich schwöre es. Sie war in meinem Kühlschrank und suchte nach einem Eis vergeblich und stattdessen musste sie dann mit mir Vorlieb nehmen. Wie ist die so im persönlichen Ungarn? Hat sie nicht gehauen? Die Frage habe ich schon gehört. Sie war das genaue Gegenteil. Sie war ein bezauberndes, ganz liebes und weiches Mädchen. Also, ganz ungewöhnlicher Weg vom international gefragten Model zur sehr gefragten Schauspielerin Sonntag, 20.15 Uhr hier im ZDF. Und so ein anderer ganz ungewöhnlicher Weg sitzt hier bei uns. Ich frage mich gerade, wie spricht man dich eigentlich richtig an? HP, Hans-Peter, was darf ich sagen? Ja, also wie man will, aber die meisten haben... Irgendwann fing das in der Schule an. Da hat mich ein Lehrer HP getauft, so von Hans-Peter. Klar, das war aber noch zu der Zeit, da war Dallas ziemlich angesagt. Also auf Englisch, ja? Von JR war ja damals in allem und da hat der immer HP gesagt. Das fand ich eigentlich ganz gut. Klingt irgendwie cooler als Hans-Peter. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst. So hatte ich schon mal die Hälfte meines Künstlernamens weg, sozusagen. Backstar ist dann frei erfunden. Wie kam denn der Backstar dann dazu? Das war so, nach dem Abi gingen so Listen rum, was man werden will. Ich habe da reingeschrieben, Sänger, Schrägstrich, Popstar, was auch immer. Da meinte eine Mitschülerin, wie willst du dich denn nennen? Ich sage ja, HP heißt es ja schon. Ja und mit Nachnamen, Gerdes klingt ja nicht so international wettbewerbsfähig. Und dann meinte ich, ich habe keine Ahnung. Er sagt, sie nennen dich doch Backstar. Und ich fand das irgendwie gut. HP Backstar klingt gut. Ich bin nicht dabei geblieben. So ganz spontan. Und das war, wo war das? Auf dem Tilletta Gross Gymnasium in Lea. Super. Wie lange hat es von da an noch gedauert, bis du tatsächlich diesen Namen wirklich gebrauchen konntest? Also ich habe dann, ich bin ja dann kurz danach nach Hannover gezogen. Da haben wir eine Band gegründet, Celebrate the Nun hieß die. Feiert die Nonne. Auch ein bisschen zu komplex, so im Popmusikbereich, um das zu verstehen. Feiert die Nonne. Aber das war so die Zeit, damals war es in, so mit Frankie Goes to Hollywood, Curiosity Killed the Cat, also so ganze Sätze als Bandnamen zu formulieren. Celebrate the Nun. Und wir sind irgendwie auf Celebrate the Nun gekommen, frag mich nicht warum. Aber das ist auch alles nichts geworden. Das waren acht Jahre, in denen ich viel gelernt habe, aber kein Erfolg. Und das ging aber los, indem du diese Anzeige geschaltet hast? Genau. Sänger sucht Keyboarder. Super. Aber ich habe bis dato noch nie gesungen. Also ich habe Gitarre gespielt, wollte aber eine andere Musikrichtung machen, so New Wave, elektronische Musik. Super. Und Keyboard war mir einfach zu teuer. Weißt du? Ja, verstehe ich. Zu der Zeit kostet es so ein Synthesizer, ich weiß nicht, unerschwinglich. Das heißt, du wolltest möglichst günstig Popstar werden. Genau. Und dann meldet sich ein Keyboarder, ja? Ja, aber ich hatte damals schon so diesen Drang, mich irgendwie ein bisschen verrückter anzuziehen und zu schwingen. Ich dachte, das muss man auf die Bühne bringen, das ist schon gut. Die meisten sehen so langweilig aus in Deutschland. Und ja, irgendwie so das gewisse Selbstbewusstsein für die Sache hatte ich auch. Und ich dachte auch, ich hätte so das gewisse Talent für diese New Wave Richtung. Weil da hat man ja so eher ein bisschen tiefer gesungen. Da kam es auch nicht ganz so drauf an, jeden Ton zu treffen. Und das war eigentlich so mein Anliegen. Dein Anliegen war nicht so genau, jeden Ton zu treffen. Nein. In dieser Richtung was zu machen. Und dann hat sich Rick gemeldet auf diese Anzeige hin. Und wir haben einfach losgelegt bei ihm im Keller und ich merkte, der meint das wirklich ernst. Der hat echt Talent, der hatte schon diverse Gerätschaften und alles. Er hat immer in den Ferien gearbeitet, um sich Geräte anzuschaffen, also Keyboards, Computer und so. Und dann haben wir losgelegt und acht Jahre erst mal Musik gemacht. Ohne großartigen Erfolg. Wir hatten zwar schon eine Plattenfirma und so, aber... Wovon habt ihr gelebt in der Zeit? Das ist ja so die richtig harte, saure Gurkenzeit dann. Ja, ich habe noch eine Ausbildung gemacht als großen Außenhandelskaufmann. Zweieinhalb Jahre. Was mir später dann auch sehr zugute kam. Zwischenzeitlich noch diverse Jobs. Was hast du noch gemacht? Ich habe bei einer Kunststoffrohrfirma gearbeitet. In einer Kneipe, alles Mögliche eigentlich. Irgendwas mit Zähnen hast du auch gemacht, ne? Ja, das war die Ausbildung. Groß- und Außenhandel, Bereich Dental. Dentalgroßhandel. Dentalgroß? Ja. Deswegen diese schönen Zähne, die du da mit dir umprägst. Ja, ja. Okay. So, und wie kam es dann zu diesem Projekt Scooter? Zunächst mal zum Namen. Der Name des Scooters ist auch eher ungewöhnlich. Ja, also erstmal ging das alles nicht so richtig weiter in Hannover. Da habe ich mir überlegt, ich muss hier weg. Ich möchte gerne nach Hamburg. Habe mich dort beworben bei Edel, eine Schallplattenfirma. Und habe dort Jens Thele kennengelernt, mit dem ich ja bis heute zusammenarbeite. Der macht so das Business und unser Label. Und ja, irgendwie hat sich das so ergeben. Der wusste, dass wir Musik gemacht haben vorher und meinte, Mensch, könnt ihr nicht mal ein Remix machen hier für Edel. Und dann haben wir so einfach ein paar Remixes am Anfang gemacht. Und daraus ist irgendwann Scooter entstanden. Also den Namen hatten wir noch nicht. Es gab so ein Auftragsprojekt. Da erinnerte die Musik sehr an so eine Karussellmelodie. Und da haben wir so Brainstorming. Wie nennen wir das Ding? Ja, Autoscooter, Scooter. Da haben wir dann diesen Song. So eine Kirmesband. Genau. Das war gar nicht als Band gedacht, sondern nur so als Einzelprojekt. Wir haben uns mehr als Produzenten gesehen. Und daraus ist das dann eigentlich entstanden. So, und wenn du irgendwo auftrittst, dann ist doch das Erste, bin ich mir sicher auch bei den Menschen, die heute hier sitzen und auch bei denen, die zu Hause zuschauen. Das Erste, was dir durch den Kopf schießt, ist Hyper Hyper. Ja. In Deutschland ja. Wir hören mal ganz kurz rein in das, was ihr da gemacht habt, damit wir das mal ein bisschen in der Revue passieren lassen können. Bitteschön. H.P. Baxter mit Scooter. Wir haben gerade diese Gitarre gesehen, wo es da so rausfunkt. Zwei Fragen habe ich dazu. Kannst du das spielen erstens? Ja, wenn es sein muss schon. Wenn es sein muss, ja. Und ist das nicht gefährlich, wenn da so ein Granatwerfer auch am Start ist gleichzeitig als Gitarre? Ja gut, am Anfang war das noch ziemlich improvisiert, aber heute haben wir das mit so einer elektronischen Zündung. Das Einzige, was mal dabei draufgegangen ist, war ein ziemlich teurer Pelzmantel, den ich so für die Bühne hatte. So als der junge, lieber Ratsche, mochte ich es gern so opulent. Und da hatte ich immer so einen riesen Fellmantel, wenn ich so auf die Bühne kam. Und der hing so über der Gitarre und dann ist aus Versehen, ist da jemand gegengekommen. Die Führung ging los, Wandel, bin Flammen aufgegangen. Und das macht ihr jetzt immer. Das wäre zu teuer. Schöne Geschichte. Die richtig große Zeit habt ihr jetzt im Moment gerade in Russland. Ihr seid in Russland riesig, riesig groß. Wart gerade dort auf Tournee auch, ne? Stimmt. Also wir sind eigentlich schon seit vielen Jahren da, aber im Moment ist gerade wieder so ein Hype entstanden, weil wir hatten letztes Jahr nicht, weil da waren viele Städte dabei, von deren Existenz ich gar nichts wusste. Und riesige Städte gibt es da. Und wir waren bis nach krass Neujahrs sind wir vorgedrungen in Sibirien. Es ist tiefste Sibirien, ne? Ja, unheimlich interessant. Ist es wahr, dass euch in der Mongolei in Ulaanbaatar mal der Strom ausgegangen ist? Ja, also des Öfteren, während der Show bestimmt 15 Mal, aber das hat keinen gewundert. Also das war immer so, ja kurze Pause und dann ging es weiter. Also das kannten die nicht anders. Großartig. Also wir waren da hektischer als alle anderen, weil wir das nicht so gewohnt waren. Und ist das der Grund, also diese Popularität in Russland gerade, warum du auch gerade in Russland eine unglaublich gefragte Werbefigur bist? Stimmt, da war ich selbst überrascht, aber es kam tatsächlich eine Anfrage von einem großen Elektronikmarkt, ob ich dort Werbung machen würde. Pass auf, wir schauen einmal ganz kurz rein. Bitte anschnallen, HB Baxter und zwar diesmal die russische Variante. Bitteschön. 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 Das war der schon voll da und wir hatten viele Tanzfestivals. Ich erinnere mich noch in Ungarn in Budapest, da hatten wir Riesenfestival haben hinterher zusammen mit den Jungs bis morgens durchgefeiert und direkt von dem Laden in den Bus. wie ich, wisst ihr das noch? 97. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wollt ihr darüber reden, über diese Nacht in Ungarn? Die Nacht in Ungarn? Das haben wir nicht verstanden. Da verstehen wir gar nichts. Das ist nicht gut. Warum habt ihr euch jetzt entschieden? Ihr seid in der Blüte eures Lebens. Wir sind fast ein Alter, habe ich festgestellt. Traut man sich kaum zu sagen. Ihr seid für mich immer noch die Backstreet Boys, aber ich bin ein alter Sack mittlerweile. Wie fühlt ihr euch? Wie ist das mit dem Tanzen? Könnt ihr euch immer noch so leicht bewegen wie damals? Das sah ja unglaublich gut aus, was wir da gerade auch im Video gesehen haben. Diese Tanzbewegungen. Hat man die noch drauf, wenn man dann wieder anfängt und sagt, okay, jetzt nochmal von vorne? Ja klar, wir tanzen immer noch auf der Tournee. Wir kommen ja auch nach Deutschland. Im Frühjahr, im März, dann könnt ihr euch das anschauen. Das ganze Programm. Auch das Tanzprogramm. Ja, wir können, solange wir schön Fitness-Sport machen, können wir alles essen und trinken. Uns gibt ja YouTube. Da können wir uns das alte Zeug ansehen und lernen und wiederholen. Das ist ja 15, 16 Jahre her. Das heißt, ihr schaut bei YouTube nach, wie eure alten Tanzschritte waren und dann macht ihr die einfach nochmal, ja? Das glaubst du oder nicht, wir gucken uns die alten Choreografien an. Alles hatten wir vergessen eigentlich, das meiste. Dann schauen wir uns das an und dann, nee, Moment, das müsst ihr so machen. Oder das, was ihr sagt. Okay, dann schauen wir uns das auf YouTube an, wenn wir uns beim Training nicht einigen können. Wer von euch hat mittlerweile Kinder? All four. Alle vier. Alle vier. Nick hat keine Kinder. I'm a kinder. Ich bin ja selber Kind. Ich brauche keine. Wobei Nick ist ja auch, Nick ist ja auch deutlich, deutlich jünger, ne? Wie alt bist du heute, Nick? I'm 24. 24. Du hast? Du hast mit wie vielen Jahren angefangen? Wann bist du zur Band dazu gestoßen? 12, wenn du es genauer wissen willst. So kurz vor dem 13. war das. Ich war 14, 21, eine. Haben wir, glaube ich, ein Foto davon, ne? Ja. Was dann passiert ist, nichts Besonderes. Heute hat ein Biss für Frisur. Wenn man mit 12, 13 Jahren plötzlich in so eine Welt reinkommt, wie geht man damit um? Wenn man plötzlich merkt, mein Gott, da stehen kreischende junge Frauen vor mir und ich weiß selber noch nicht so richtig, was ich mit denen eigentlich anfangen soll. Was du dann machst, was du mit denen anfängst? Das weißt du ja selber noch nicht. Okay. Sagst du ja. Wie wird man damit fertig? Wie geht man damit um? Nicht einfach. Wenn du auf der Tournee groß wirst, erwachsen wirst, jung, Spaß hast, das Leben genießt, Entertainment, Unterhaltung, was kannst du dir mehr wünschen? Nee, das muss man dann lernen, aber wir meinen dann nur die Mädels, ne? Aber trotzdem, wenn man 12, 13 Jahre alt ist und dann kommt da plötzlich dieser riesige Erfolg über dich herein, plötzlich verdienst du Geld, von dem du nie zu träumen gewagt hast, deutlich höher als das Taschengeld, das man bis dahin bekommen hat. Wie geht man damit um? Ich bin jetzt seit 20 Jahren dabei. Es hat Ups und Downs gegeben, wie eine Achterbahnfahrt. Du wirst so vielen Dingen ausgesetzt, die du normalerweise nicht erfahren hättest. Drogen, Alkohol kommen dann dazu. Auch schlimme Finger unter deinen Freunden und das musst du auch durchstehen. Du weißt nie genau, was am nächsten Tag ist. Es gibt hier eine Menge Künstler, die das auch erlebt haben. Er, AJ und ich und andere. Da gibt es so viele. Justin Bieber und so heute. Dann haben sie den falschen Berater und dann musst du hoffen, dass sie durchkommen. Was mir immer großen Respekt abgenötigt hat, ist die Tatsache, dass speziell auch ihr beide habt immer sehr offen darüber auch gesprochen. Ich finde das auch wichtig, darüber zu reden, weil gerade junge Menschen, die auf dem Weg sind, Popstar zu werden und irgendwo in Ostfriesland sitzen und sagen, ich will das auch, das unter Umständen so gar nicht richtig realisieren können. Was hat euch, AJ, oder wer dabei geholfen, aus dieser Situation dann auch wieder rauszukommen? Alkohol, Drogen. Du warst jemanden, der sehr tief in dieser Geschichte drin war. Klar, aber dann ist da die Familie. Bei mir war das so. Die Jungs waren integrierender Bestandteil da. Bei meiner Erholung, bei meinem Comeback, dass ich da rausgekommen bin, die haben mich unglaublich unterstützt. Das macht es ein bisschen einfacher. Da war ich nicht bei der Frau, meiner Frau, bei meinen Kindern, bei der Familie, das ist nicht leicht. Und du versuchst, so viele Termine wie möglich wahrzunehmen. Du kannst dich dann stützen auf die Jungs in deiner Umgebung. Aber es ist ein tagtäglicher Kampf, ganz ehrlich. Das ist gute Tage, weniger gute. Aber heute ist ein super Tag. Hilft man sich dann, finde ich toll. Hilft man sich dann, Kevin, hilft man sich dann gegenseitig, wenn man weiß, der ein oder andere hat heute gerade einen schlechten Tag oder ist irgendwo auf der falschen Spur unterwegs? Hilft man sich dann? Ruft man sich an? Wie unterstützt man sich? Also, das ist ja so eine Beziehung wie unter Geschwistern, wie unter Zwillingen fast, in der Familie. Und wenn du siehst, da hängt einer durch, dem geht es nicht so gut. AJ ist ausgerutscht, hat eine kleine Krise. Dann fobbt man sich auch, man zieht sich auf oder man gibt sich einen Kick. Man ist negativ, um sie zu motivieren, dass sie positiv rauskommen. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Sinne gibt, was ich da sage. Aber ja, klar, wir rufen uns auch an. Wir sprechen uns an auf unsere Fehler. Wir legen Rechenschaft abeinander. Wenn man über eine Boyband spricht, dann redet man natürlich auch davon, dass die ein ganz bestimmtes Image auch zu bedienen hat. Brian, wie froh seid ihr, dass das heute vorbei ist? Dass man nicht mehr erzählen muss, natürlich bin ich Single und ich liebe alle Frauen und du könntest meine Freundin sein. Sondern man steht dazu, dass man Kinder hat, dass man verheiratet ist, was auch immer. Man kann endlich mal das leben, was man tatsächlich ist. Das ist in der Tat so. Aber da wächst du hinein. Wir waren damals nicht die Männer, die wir heute sind. Keine Freundinnen, keine Kontakte von außen. Fokussiert bleiben auf das, was du tust. Das waren die Inhalte. Jetzt sind wir 20 Jahre älter und haben unser eigenes Leben. Da haben sich Dinge gut entwickelt. Und was für die Karriere funktioniert hat, davon leben wir heute. Und das ist wichtig. Und dadurch fühlen wir uns besser. Was habt ihr mit eurem... Wobei, Nick hat gar keine Kinder. Was habt ihr euren Kindern von eurem Popstarleben erzählt? Was habt ihr euren Kindern beigebracht? Kennen die die Backstreet Boys mittlerweile? Wissen die, was ihr macht? Womit ihr euer Geld verdient habt? Mein Junge wird nächste Woche elf. Findet der dich gut? Der ist in diesem Business groß geworden. Does he think you are cool? Oh yeah. Ja klar. Ich bin der Superdad. Er mag die Backstreet Boys, aber wenn er zu wählen hätte, wäre ich sein Baseball-Kumpel. Ich kann dir prophezeien, wenn die älter werden, ändert sich das. Wenn die so 13, 14 sind, ist man nicht mehr super cool. Wer hatte die Idee, jetzt wieder ins Studio zu gehen und dann vor allen Dingen auch selber Musik zu schreiben, sich nicht mehr auf andere Produzenten zu verlassen, selber das Ding in die Hand zu nehmen und einen großen Erfolg zu landen. Das ist ein tolles Album geworden. Och, wir alle. Das Kollektiv. Das war ja ein Traum, ein Ziel. Wir wollten alle eine lange Karriere erleben. Und zum ersten Mal in unserer Karriere hatten wir die kreative Kontrolle selber zu 100 Prozent. Wir haben unsere Verpflichtungen erfüllt gegenüber dem Label der Plattenfirma und haben dann unser eigenes Label aufgelegt. Und dann haben wir einen weltweiten Vertriebsdeal gemacht. Wir haben ja mit BMG angefangen. Wir sind sehr froh, wieder mit ihnen zu arbeiten. Wir haben jetzt unser eigenes Label. Das ist schon inspirierend. Kreativ. Zum ersten Mal in der Karriere spürst du, du bestimmst das Kreative. Dafür haben wir auch gearbeitet, 20 Jahre lang. Das muss man sich klar machen. Du musst dir deine Ziele stecken und es dann auch machen. Das kann kein anderer für dich bestimmen. Dein Leben einrichten. Das ist uns wichtig. Eine Person, die in eurem Leben eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, war euer Manager, Lou Perlman. Eine Manager-Legende, der ganz viele Boy-Groups gemacht hat. Ist es wahr, dass der heute im Gefängnis sitzt? Er hat ein System aufgebaut, so ein Vertriebssystem, mit dem er Leute betrogen hat, um ihre Ersparnisse. Und jetzt sitzt er hinter Gittern. 300 Millionen Dollar soll er so unterbaut haben, auf diese Art und Weise. Und ist es wahr, dass der auch hinter eurem Rücken, ohne dass ihr davon wusstet, parallel sozusagen NSYNC aufgebaut hat, als zweite Konkurrenz zu euch? Das war der eigene Manager. Ja, ja. Der ist dann irgendwann ein bisschen gierig geworden. Wir haben angefangen mit ihm, mit Lou. Wir sind auch heute noch dankbar dafür, dass er uns zusammengebracht hat. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, dass wir dieses Gefühl hatten, da ist was faul. Der verrät uns vielleicht, wenn du hörst, dass er hinter deinem Rücken jede Menge Geld abschöpft, schon von vornherein, von Anfang an. Und der war irgendwann mal das sechste Mitglied, hat 25% Management-Kommission abgegriffen. Dann hat er von der Plattenfirma noch Geld bekommen und hat uns immer noch Ausgaben aufgehängt. Und da blieb für uns gar nicht so viel. Und das haben wir später herausgefunden. Aber als wir es herausgefunden haben, haben wir gleich versucht, das auf den Tisch zu legen und sagen, da musst du was in Ordnung bringen. Das wollte er nicht. Und dann sind wir weg von ihm. Ja, das erleben viele Künstler. Da sind wir kein Einzelfall. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Was macht dein kleiner Bruder Aaron Carter? Als wir hier auf Tournee waren, war er immer unterwegs mit uns. Und kam auch mal auf die Bühne, hat das Open Up gemacht. Jetzt ist er in den Staaten. Und macht seine eigene Tournee und sein eigenes Zeug. Ich habe gestern Abend noch mit ihm gesprochen. Dem geht es verdammt gut. Okay, haben wir auch das geklärt. Schöne Grüße an New Kids on the Block. Mit denen ihr auch gemeinsam auf Tour wart. Ja, kein Problem. Ja, eben. Und wir hören jetzt mal ganz kurz rein in euer neues Album. Die erste Single ist im Sommer, glaube ich, schon erschienen. Ist eine sehr, sehr schöne Nummer. Geht leicht rein. Und die neue wird ein ähnlicher Erfolg. Show them all. Show them sozusagen. Show them. Show them, ja. Also, bitteschön. Show them. Und die Jungs haben sich bereit erklärt, das auch noch mal live für uns zu performern. Weil ich finde, es gibt kaum eine Band, die so wunderbar fünfstimmig singen kann wie die Backstreet Boys. Bitteschön. Sehr, sehr gut. Schönes neues Album. Wann seid ihr in Deutschland auf Tour? Ab wann seid ihr in Deutschland unterwegs? Am 3. März geht es los. Hier in Deutschland. In München. In München geht es los. 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 Fünf Konzerte in Deutschland. Fünf Konzerte in den ganz großen Hallen. 3. März geht es los in München. Wir freuen uns auf euch. Und jetzt Freitag kommt das Comeback-Album raus. Herzlichen Dank. Die Backstreet Boys sind zurück. Herzlichen Dank euch. Herzlichen Dank an Jochen Busse, an Elspiel-Baxter, an Katja Weizenberg und an Wolfgang Rademann. Sonntagabend 20.15 Uhr hier im ZDF. Das war es für heute. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Morgen sind wir wieder. Wenn Sie mögen. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.